Im Jahre 2009, um genau zu sein, am 17. Mai erschien das legendäre Spiel Minecraft, woran ich mich gerade befinde. Minecraft hat heutzutage über 300 Millionen verkaufte Einheiten, ist ein simples Sandbox-Game, was die Kreativität und die Freiheit des Bildes fördert. Heutzutage hat Minecraft auf Twitch tatsächlich noch über 20,2 Millionen Zuschauer in einem Monat gehabt, das müsst ihr euch mal vorstellen. 20 Millionen Leute gucken heute noch Minecraft in einem Monat, das ist krass. Und Minecraft ist tatsächlich diesen Monat am 17. Mai auch 15 Jahre alt geworden und schenkt uns für diesen Geburtstag, für diesen 15. Geburtstag, drei verschiedene Caps und eine Glitch-Maske. Eins sind hier schon im Hintergrund, es ist das Twitch-Cape, was ich gerade schon anhabe. Dieses Cape könnt ihr euch easy holen, das werde ich euch diesem Video auch erklären, wie ihr das bekommen könnt. Dazu gibt es noch zwei andere Caps, einmal das Creeper-Cape, das habe ich in einem anderen Video schon erklärt, das werde ich euch einmal umverlinken in der Infobox. Und dann noch einmal das TikTok-Cape, dazu wird noch ein Video kommen. Aber auf jeden Fall werde ich euch im Video erklären, wie ihr dieses Twitch-Cape bekommt, beziehungsweise auch die Glitch-Maske, die habe ich noch nicht. Das wird sich auch in diesem Video ergeben, warum ich die auf jeden Fall noch nicht habe. Noch ganz kurz vorab, bevor ich euch zeige, wie ihr das Twitch-Cape bekommt und die Glitch-Maske, geht einmal in den Store rein, am besten in der Minecraft Bedrock oder Java-Version, so dass euch alles, was euch lieber ist. Dort könnt ihr einmal reingehen, den seht ihr hier oben bei Marketplace, direkt einmal 15 Jahre Jubiläum, Tag 4, ja bis zum 30. Mai diese Belohnung abzuholen. Heute ist der vierte Tag, im letzten Video habe ich schon gezeigt, was die ersten drei Belohnungen waren, heute zeige ich euch die vierte. Heute bekommt man einen schönen Torso wieder, einen Smart-Experten-Torso, den könnt ihr euch natürlich ganz easy und kostenlos abholen, indem ihr draufklickt. Wie bereits gesehen habt ihr nur bis zum 30. Mai Zeit, holt euch diese Dinge, die sind ganz selten, die werden nie wieder in den Shop kommen oder was anderes haben, also holt sie euch jetzt, bevor sie weg sind. Um das Twitch-Cape abholen zu können, müsst ihr erstmal natürlich einmal auf die Plattform von Twitch gehen, in die Kategorie von Minecraft am besten, denn ihr bekommt das nur in der Kategorie von Minecraft. Dann müsst ihr euch einen Streamer auswählen, diesen 15 Minuten lang gucken und dann habt ihr das Cape schon easy peasy freigeschaltet. Am besten seid ihr schon angemeldet, dann kriegt ihr oben in eure kleine Geschenkbox einmal einen Code reingesendet, den könnt ihr bei Drops und Belohnungen nochmal besser einsehen, damit ihr den Code auch genau habt. Diesen Code könnt ihr euch dann easy einmal abholen, den kopiert ihr euch am besten dann einmal raus aus dieser Infobox. Wenn ihr euch den Code aus der Infobox geholt habt, geht ihr natürlich wieder auf die Minecraft-Realm-Seite oder auf die Seite, die ich euch wieder unten in der Infobox rein verlinkt habe. Meldet euch dort einmal an, natürlich bevor ihr den Code eingebt, und zwar mit einem Microsoft-Konto, wenn ihr das nicht gemacht habt, könnt ihr diese Geschenk gar nicht bekommen, also eher gesagt abholen. Wenn ihr das auch schon gemacht habt und euch angemeldet habt, könnt ihr einmal den Code eingeben, den Realm-Code, dann seht ihr einmal hier im Bildschirm, kriegt ihr das Minecraft-Twitch-Cape einmal ganz easy peasy. Freigeschaltet, dann geht ihr unten wieder zu eurem Skin-Changer am besten, wo ihr eure Skins angucken könnt, oder in euer Spiel zurück, falls ihr natürlich nur Redrock habt. Geht dann da rein und dann könnt ihr euch einmal das schöne Cape abholen. Die Glitch-Maske bekommt ihr natürlich nur, wenn ihr tatsächlich einen Sub da gelassen habt, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Das heißt, ihr müsst auch wieder in die Kategorie von Minecraft reingehen, einmal einen Sub bei jemandem da lassen, der auch wirklich Minecraft-Streams, vergesst nicht, immer auf die Kategorie achten. Man kann Minecraft spielen, aber nicht die Kategorie drin haben. Wenn ihr das denn gemacht habt und einmal reingesubbt habt, dann kriegt ihr tatsächlich auch die Glitch-Maske und auch wieder diesen Code. Das heißt, ihr geht jetzt wieder in Drops und Belohnungen und dann holt ihr euch das easy ab. Zum Ende des Videos hin, möchte ich euch noch einmal zeigen, wie die Lightrap tatsächlich ingame aussieht. Natürlich sieht man hier schon seit dem Anfang des Videos dieses Cape von der Lightrap von Twitch Cape einmal hier vorne schon angestellt. Aber ich möchte euch einmal zeigen, wie es aussieht, wenn man damit fliegt. Das öffnet sich ganz simpel, sieht immer noch schön aus, aber leider habe ich keinen so guten Winkel drauf. Es ist ein schönes Herz drauf. Und falls jemand Interesse hat, dieses Cape abzuholen, ich bin heute Abend 17 Uhr live auf Twitch und spiele eine Runde Minecraft. Falls ihr Bock habt, könnt ihr gerne mitspielen und euch das Twitch Cape abholen. Falls es bei Interesse dabei besteht, kommt gern vorbei. In der Videobeschreibung ist der Twitch-Link verlinkt. Und falls euch diese Art von Videos gefällt, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, ich zeige euch, wie ihr einen Cape bekommt, bzw. wie ich in Minecraft fertig gemacht werde. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wiedersehen.